So, wir sind hier auf dem Hulfdeckpass. So, nachdem wir den Hulfdeckpass überquert haben, kommen wir jetzt hier in diesen kleinen Ort hinein, und zwar auf meinem Navi steht, der Ort nennt sich Colvis, es gibt kein Ortsschild. Oder doch, da vorne kommt eins, wie heißt dieser Ort jetzt genau, achso, Mühlrüthi, so, also wir fahren jetzt hinein in den Ort Mühlrüthi und sind unterwegs in Richtung St. Gallen, was für ein schöner Ort, malerischer Gebirgsort. In der Schweiz, im Kanton Zürich, ich denke mal, oder ist das schon St. Gallen hier, das kann ich jetzt auch nicht sagen, der Bus hat St. Gallener Kennzeichen. Das werde ich dann später klären, in welchen Kanton wir uns hier jetzt gerade befinden. Auf jeden Fall sind wir in Mühlrüthi und verlassen diesen Ort jetzt und ich verabschiede mich.